Die größte Entdeckung seit 3000 Jahren enthüllt den Ursprung einer geheimen Macht und führt die größten Helden der Weltgeschichte an einen Ort, an dem sie noch nie zuvor waren. Du sprichst mit dem Pharao, Fremder. Küss meinen Stab. Oh, ähm, naja, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Wir wissen beide, dass in diesem Museum etwas Magisches geschieht. Die Sonne geht unter, die Tafel beginnt zu leuchten und alles erwacht zum Leben. Doch plötzlich... Ja, ja, wir sehen uns ähnlich. Dada. Nein, ich bin nicht ein Dada. Nicht anfassen. Pfoten weg. Hat der Zauber ein Ende. Irgendwas stimmt nicht mit der Tafel. Als Sonnenaufgang sind wir alle tot. Hunden hyperventilieren nicht. Aber ihr größtes Abenteuer... Sie alle verlassen sich auf mich. ...hat gerade erst begonnen. Wir müssen nach London und eine Lösung finden. Hallo, willkommen im British Museum. Hi. Muss voll krass sein, so als Wachmann in Amerika. Mit euren Knarren, mit Schalldämpfer, mit euren Ninja-Schwertern. Damit liegen sie sowas von daneben. Lawrence! Tata! Pass auf, behältst dir die Stellung und guckst, dass keiner rein oder rauskommt. Nein, nein, komm her. Halt die Tür zu. Tür zu! Nein. Halt die Tür zu. Tür zu! Nein. Lauf! Okay. Ich glaube, wir... Sir Lancelot, zu euren Diensten. Theodore Roosevelt, Präsident der Vereinigten Staaten. Absolut keine Ahnung, was das bedeutet. Wieso machst du nicht dein Foto, da kannst du später noch doof glotzen? Nachts im Museum das geheimnisvolle Grabmal. Wo zum Teufel sind wir hier? Oh, Pompeji. Jetzt sind wir aber echt angepelst! Lass uns hierüber nie wieder ein Wort verlieren. Ernsthaft, das war jetzt wirklich nicht nötig!